Herzlich willkommen bei der Fahrschule D2, Ihrem kompetenten Partner bei der Aus-, Fahrt- und Weiterbildung. Mit vier Unterrichtseinheiten pro Woche, zehn Schüler-PCs und aktueller Unterrichtstechnik begleiten wir Sie vom Antrag bis zum Führerschein. Unsere qualifizierten, freundlichen Fahrlehrer bilden Sie auch in der Praxis zu sicheren und verantwortungsvollen Fahrern aus. Auf dem eigenen Übungsplatz vermitteln wir Ihnen die notwendigen Grundlagen für Pkw, Lkw und Motorrad. Das VAZ Neumarkt ermöglicht Ihnen die Ausbildung zum Kran-, Stapler- oder Gefahrgutfahrer und vieles mehr. Im Rahmen der Berufskraftfahrer Weiterbildung bieten wir alle gesetzlich geforderten Module, wie zum Beispiel die Handhabung des digitalen Tachografen, Energiesparendes Fahren oder das richtige Verhalten in Notfällen. Wir gestalten Ihre mobile Zukunft.